Zen-Meister Fuangbo Die Leute sagen immer, dass die äußeren Zustände den Geist hemmen und das Phänomenale das Prinzip hemmt. Also wünschen sie stets, dem äußeren Zustand zu entrinnen, um ihren Geist zur Ruhe zu bringen und dem Phänomenalen zu entsagen, um das Prinzip zu schützen. Sie wissen nicht, dass der Geist das Phänomenale hemmt. Deswegen, wenn du den Geist dazu bringst, leer zu sein, werden die äußeren Zustände von sich aus leer sein und du bringst das Prinzip dazu, ruhig zu sein, damit das Phänomenale von sich aus zur Ruhe kommt. Zäume den Geist nicht von hinten auf. Mu Sueng Eines Abends erreichte der Mönch von Huo während seiner Wanderung durch die Wüste eine kleine Oase und machte dort Rast. Gegen Mitternacht wachte er durstig auf. Es war stockfinster. Er kroch auf allen Vieren umher und suchte nach Wasser. Endlich berührte seine Hand einen Napf. Er hob ihn vom Boden auf, führte ihn an die Lippen und trank. Ah, wie köstlich! Dann verneigte er sich tief und dankte dem Buddha für die Gabe des Wassers. Am nächsten Morgen wachte von Huo auf und sah neben sich, was er während der Nacht für einen Napf gehalten hatte. Es war ein zertrümmeter Schädel, blutverkrustet und mit verdorrten Fleischfetzen, die noch an den Wangenknochen hafteten. Seltsame Insekten krabbelten oder schwammen auf der Oberfläche des schmutzigen Regenwassers, das sich in der Hirnschale gesammelt hatte. Von Huo starrte den Schädel an und spürte, wie eine gewaltige Woge des Ekels in ihm aufstieg. Er riß den Mund auf. In dem Moment, da das Erbrochene hervorschoss, öffnete sich sein Geist und er verstand. Letzte Nacht war das Wasser, da er nichts gesehen und nichts gedacht hatte, köstlich gewesen. Heute Morgen hatten ihn Sehen und Denken dazu gebracht, sich zu übergeben. Ah, sagte er zu sich, das Denken schafft Gut und Böse, Leben und Tod. Und ohne Denken gibt es kein Universum, kein Buddha, kein Dharma. Alles ist eins und dieses eine ist leer. Jetzt war es für Von Huo nicht mehr nötig, einen Meister zu finden. Er verstand bereits das Wesen von Leben und Tod. Was gab es sonst noch zu lernen? Also kehrte er um und machte sich wieder auf den Weg zurück nach Korea. Gewöhnliche Menschen, die in Unfreiheit befangen sind, haben kein Gewahrsein und kein Wissen, so wie blinde Kinder einer reichen Familie, die in einem Lagerraum voller Schätze sitzen, ohne einen einzigen davon zu sehen und nur beim Gehen gegen sie stoßen und so von den Schätzen verletzt werden. Zen-Meister Sehung San Zen erklärt nichts, Zen analysiert nichts. Es verweist lediglich zurück auf unseren Geist, sodass wir aufwachen und Buddha werden können. Vor langer Zeit fragte einmal jemand einen großen Zen-Meister Ist es sehr schwierig, unser wahres Selbst zu erlangen? Der Zen-Meister erwiderte, ja, sehr schwierig. Später fragte jemand anders denselben Zen-Meister Ist es sehr einfach, unser wahres Selbst zu erlangen? Ja, ganz einfach, antwortete der Zen-Meister Wiederum später fragte ihn jemand Wie ist die Zen-Übung, sehr einfach oder schwierig? Der Zen-Meister sagte Wenn du einen Schluck Wasser trinkst, merkst du selbst, ob es heiß oder kalt ist. Dao Yuan Als der erste Minister Kui einmal den Tempel betrat, sah er, wie ein Spatz seinen Darm auf den Kopf eines bronzenden Buddhas entleerte. Er fragte Hat ein Spatz eine Buddha-Natur? Der Meister Ruhui antwortete Ja, hat er. Minister Kui fragte Warum kleckst er dann dem Buddha auf den Kopf? Der Meister entgegnete Warum nicht er einem Sperber? Zen-Meister Huai Hai Sollte dein Geist abschweifen, folge ihm nicht. Und dein abschweifender Geist wird von selbst aufhören, um herzuschweifen. Sollte dein Geist den Wunsch haben, irgendwo zu verweilen, Folge ihm nicht und verweile nicht dort. Und deines Geistes Suche nach einem Ort zum Verweilen wird von selbst ein Ende finden. Dadurch wirst du in den Besitz eines nicht verweilenden Geistes gelangen. Eines Geistes, der im Zustand des Nichtverweilens bleibt. Wenn du dir vollkommen eines nicht verweilenden Geistes in dir bewusst bist, wirst du entdecken, dass es einzig die Tatsache des Verweilens gibt, nichts aber, bei dem man oder bei dem man nicht verweilen könnte. Dieses vollkommene Gewahrsein eines in dir selbst bei nichts verweilenden Geistes ist bekannt als eine klare Wahrnehmung seines eigenen Geistes haben oder mit anderen Worten eine klare Wahrnehmung seines eigenen Wesens haben. Niederschrift von der blau-grünen Felswand Wann immer du studierst und Fragen stellst, bedenke, dass es nicht viele Dinge gibt, um die du dich bekümmern solltest. Bedenken entstehen, weil du außen wahrnimmst, dass Berge und Flüsse und die große Erde existieren. Weil du innen wahrnimmst, dass Sehen, Hören, Fühlen und Wissen existieren. Weil du über dir siehst, dass es vielfältige Buddhas gibt, bei denen du Zuflucht suchen kannst. Und weil du unter dir siehst, dass es empfindende Wesen gibt, die gerettet werden können. Du musst sie einfach allesamt ausspeien. Später schmiedest du, ob du gehst oder stehst, sitzt oder liegst, 24 Stunden am Tag alles zu einem zusammen. Und säßest du dann auch auf der Spitze eines Haars, wäre sie so breit wie das Universum. Und wohntest du in einem kochenden Kessel oder einer glühenden Esse, so wäre es so wie im Land des Friedens und der Seligkeit zu weilen. Und lebtest du inmitten eines Meers von Gold und Edelsteinen, wäre es so wie in einer strohgedeckten Hütte zu leben. So gelangst du, wenn du ein fähiger Adept bist, auf natürlichem Wege, ohne jede Kraft zu vergeuden, zu der einen Wirklichkeit. So gelangst du, wenn du ein fähiger Adept bist,